Manchmal könnte man meinen, Digitalisierung hat von heute auf morgen alles verändert. Aber das stimmt nicht. Digitalisierung ist ein kontinuierlicher Prozess, der bereits im Maschinenbau in den 1970er Jahren begonnen hat, als die ersten speicherprogrammierbaren Steuerung auf den Markt kam. Also rund 20 Jahre vor der Öffnung des Internets. Viel wichtiger ist zu verstehen, dass Digitalisierung nicht mehr aufhört. Sie wird uns ständig aufs Neue mit der Frage konfrontieren, wie wir digitale Technologien einsetzen können, um die Anforderungen unserer Kunden noch besser verstehen zu können und noch besser lösen zu können. Deshalb sehe ich Digitalisierung nicht als eine Bedrohung an, sondern als eine einzigartige Chance, die uns in Zukunft wesentlich mehr Handlungsspielräume als jetzt bieten wird. Für mich sind Kooperation und Kollaboration unter anderem der wichtigste Schlüssel der nächsten Jahre, weil die Zeit für die Einzelgänge abläuft. Die Zukunft des Maschinenbaus wird auf Plattformen und stärker auf der Basis von geteilten Daten, also Data-Sharing, stattfinden. Und darauf freue ich mich. Mein Name ist Sarah Maurer und ich bin Event-Marketing-Managerin bei VICE. Ich bin Event-Marketing-Managerin bei VICE.